wisst ihr was wir spielen einfach jetzt nochmal das ding da und mal gucken wenn wir den jetzt nehmen was wir dann noch günstig okay interessant was wir dann noch günstig ersetzen können bei der panzerung das kostet ja sicherlich gleich ein bisschen... wow! alter ist das cool... okay 52 ja komm wir versuchen einfach was was wir können 1000 ok nee das würde ich jetzt gerne nicht nicht ausgeben wollen wir hatten doch schon mal eine version 400 das hatten wir schon mal 500 bringt 6 1 im vergleich zu was ich habe mir denn schon die hatten wir schon ok 67 wer soll 560 wir machen das jetzt mal so ich glaube dass das könnte schon so reichen ich hoffe das könnte schon so reichen so demolierung arena was ist jetzt das ziel bitte schauen ich bin nicht mehr ganz so konzentriert deswegen glaube ich brauche ich jetzt noch mal eine kurze eine kurze übersicht 2000 stand zerstöre drei gegner bonus ziele ok asphalt zeit es gibt nichts wir sollen nur wir sollen nur überleben ok hart getriebe übersetzung kurz bremsen ist gut und scheint die sonne und es scheint die sonne schön ach das ding ist das jetzt so und jetzt ab jetzt werde ich mal kurz nach hinten fahren macht sich ganz gut wenn man den recht gut lenken kann da hinten ist schon einer der gekriegt werden möchte da war doch eben gerade noch einer der schon ziemlich niedrig war da ist ah verdammt nicht geschafft okay glück da ist der rote wieder bei den roten hindringen misteländer das ist glaube ich ein bisschen mal nicht zurückhalten aber das wäre eigentlich ganz ganz nett mist der war schon erledigt erledigt ist 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 Hier ist es. Nö, du nicht. Oh, da ist doch ein schönes Ziel. Gucken. Mist. Ah. So, ich glaube, langsam können wir auch mal wieder von vorne spielen. Mist. Und verpasst. Schade. So, ich glaube, ich fange mal jetzt an mit vorne. Von vorne zu spielen. Ja, so. Wo ist denn der mit den wenigen Punkten, den ich gerade vorhin noch hatte? Mist. Okay. Okay. Da ist einer. Und da ist einer. Mist. Den können wir noch nehmen. Damit können wir wieder nehmen. Okay. So, der geht gut zum Demolieren. Weil der halt gleich steuerbar ist. Da ist noch einer, schön. Ein Gegner. Ein bisschen Abstand nehmen hier. So, wo ist denn der Gegner hinter uns? Batsch. Ciao. Sehr schön. Acht Stück demoliert. Gleich beim ersten Mal. Ist doch schön. Frontschutz. Das Geld haben wir wieder rein, was wir investiert haben. 27. Es geht rapide nach vorne jetzt hier langsam. Das ist schön. Aber ich fürchte, wir werden doch jetzt nochmal 200 drauf. Das ist gut. 1600. Sehr schön. Wir werden vielleicht dann doch nochmal hier mit zuschlagen müssen. Wenigstens, dass wir ein paar, ein bisschen Kohle machen hier. Weil, das geht nicht, weil wir A-Klasse kaufen müssen. Das können wir noch machen. Das bringt kein Geld, weil es ja ein Auto gibt. Das können wir noch nicht, weil wir kein Auto haben. Und dann sagen sie... Ah! Demolition Racing. Okay. Es hat freigeschalten. Schön. Ja, dann... Alles klar. Alles klar. Aber... Belohnung. Big Rig. Gangräutiger Trucker will Spektakel in ihren Trucks abziehen. Aber sie brauchen einen Köder, der sie zieht. Was? Sechst du die Trucker? Eigentlich laufen bis Siegstieg. Einer Tags dir. Okay. Und ich ahne schon wieder, dass das dieses Ding sein wird. Okay. Schön. Aber ja, wir kommen zu Recht. Ein bisschen Geld verdienen müssen wir noch und dann, glaube ich, sind wir auf einen guten Weg. Schön, dass du dabei warst. Bis dann. Tschööö.